Ich sehe eine, die jetzt nach Westen fliegt, auf Halo Geschütz 20. Okay. Dreht gerade jetzt nach Norden wieder. Hackel, jetzt habe ich auch gerade verloren. Hier rumgefaut, die kurze Suche. 20 sagst du etwa? Ja. Ah ja, ich sehe da was Kurven. Ich komme jetzt von oben rein. Ja, ich sehe eine Fight-Maschine. Ja, das sind aber drei, die Einzelne folgt einer, wenn ich es richtig sehe. Ja, muss aufpassen. Die anderen sind ein bisschen nördlich, ja? Und ein bisschen Höhenvorteil. Dreh am besten dann wieder ab, wenn du kannst, wenn die umdrehen. Äh, brennt. Oh, das ist jetzt Stukas, glaube ich. Pilotkill. Schön, Horedo, schön. Kommen wir davor auf seiner jetzt, ähm, war 9 Uhr oder so? Ich glaube, aber Stukas, ja. Wollen wir die doch schnell eskortieren? Da kommt ein Kontakt von Ueplaf. Ja, dann wollte die Hurricane wohl die angehen. Ja, wollte sie auf Ueplaf. Ja, das sind mehrere Kontakte. Ja, sich geht einer gerade an, glaube ich. Von der 9. Ja, äh, 9, sorry, ja, klar, die gehe ich mal an. Halt noch. Warf noch ein gutes Stück weg. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ähm, die Hurricane ist jetzt aber nicht auf die Stukas gekommen. Ich sehe dich reinkommen, ich sehe dich. Sehr schön. Oh, sehr schön. Ich komme auch noch dahinter ran. Wachtest du? Ja, ich bin. Was macht der denn? Oh ja, und der, oh ja, ja, die Stukas sind jetzt zu dritt. Siehst du von der Abplassen danach, oder? Halt, kill. Schön, horridor, sah gut aus. Ich, das Karai ist immer... Hinter mir kommt einer ran. Oh, fuck. Habe ich nicht gesehen, sorry, ich sehe dich. 5 Uhr. Ja, ich bin noch ein... Kommt nicht ran, aber ist halt hinter mir. Okay, ich bin leider in Eurasustor, halb sechs sowas. Aber, äh, komm, ja, komm schnell ran, weil der steigt ja gerade schön. Wenn du ein bisschen über Lisa nach Süden eher könntest, wäre das ganz super. Ja, dann ziehe ich über Lisa. Ja, ja, komm jetzt schnell ran. Schießt heute, denke ich, fünf Sekunden. Ja, ja, sehe ich. Hat Wasser und viele MG-Treffer. Oh, schön. Ja. Ah, da kommt noch ein Kontakt, äh, aus dessen langer Sex. Oh ja, ich bleib mal, äh, ja, ich geb südlich ab erst mal. Also die Hurricanes sind ja nicht sehr überlebens... Ja, weil es halt auch nie was los ist. Ja. Jetzt habe ich mich fast weggestalled. Ja, ich versuche mich an die Hurricanes ran zu setzen. Es ist nördlich von uns, ist noch eine Hurricanes, eine hohe... Ja, der P-Shop. Dort, wo die Flak schießt. Oh ja. Ich habe auch einen noch, auf 35 kommt einer, oder? Kommt hier rein, kannst dich erkennen. Ja, auf jeden Fall. Brennt. Pilotkill. Ja, Horido, alles dabei, Wahnsinn. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.